Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Untertitelung des ZDF, 2020 Konstantin Schmidt Und auf jeden Fall werde ich jetzt springen. Ich mache jetzt eine kurze Montage. Let's go. Na ja, schlägt das noch. Oh, ich würde schon essen. Wollt ihr das? Wollt ihr das? Leute, der beste Kameramann ist hier auf jeden Fall auch am Start, Leute. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich habe abonniert der Philipp, den Kameramann. Und ja, ansonsten würde ich dieses Video jetzt bleiben. Lasst einen Like da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal und ciao. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Der Einnahme entsteht für Russland, eine Landverbindung zwischen dem Donbass und der annektierten Krim. Mehr als 100.000 Menschen sollen noch in der Stadt festsitzen. Einigen gelang die Flucht Richtung Saporizhia. Diese Schulbusse haben sie in Sicherheit gebracht. 79 Menschen aus Mariupol bei ihrer Ankunft in Saporizhia. Nur 79, wie die ukrainische Regierung betont, denn die russische Seite habe das Feuer nicht wie vereinbart eingestellt. Vom ersten Tag an hat Russland uns aus der Luft bombardiert. Sie zerstören alles, löschen die Stadt aus. In den Schutzkellern dieses Stahlwerks in Mariupol sollen sich neben den Soldaten etwa 1000 Zivilisten aufhalten. Damit wir feststellen können, wie viele es genau sind, brauchen wir eine Feuerpause. Zumindest für 24 Stunden, damit wir sehen können, ob sie am Leben sind oder nicht. Im Kreml informierte der russische Verteidigungsminister Shoigu Präsident Putin darüber, dass die Hafenstadt unter russischer Kontrolle sei. Putin ordnete an, das Stahlwerk in Mariupol nicht zu stürmen. Es ist nicht nötig, in diese Katakomben zu klettern und unterirdisch durch diese Industrieanlagen zu kriechen. Blockieren sie das Industriegebiet so, dass keine Fliege mehr rausfliegen kann. Die Ukraine bestätigt, dass Russland weite Teile der Hafenstadt kontrolliert, bestreitet allerdings eine vollständige Kontrolle. Präsident Zelenskyy äußerte sich bei einer Pressekonferenz in Kiew mit den angereisten Regierungschefs von Dänemark und Spanien zur Lage in Mariupol. Mehrere tausend Menschen sind eingesperrt, darunter Soldaten und Zivilisten. Das sind hauptsächlich Frauen und Kinder. Ich habe meinen Kollegen auch gesagt, dass nach unseren Schätzungen fast 120.000 Zivilisten in Mariupol festsitzen. Das US-Unternehmen Maxa veröffentlicht diese Satellitenaufnahmen. Sie sollen ein Massengrab nahe Mariupol zeigen. Die Aushebung sei in den vergangenen Wochen immer größer geworden und enthalte nun mehr als 200 neue Gräber. In Aruk in Moskau. Mariupol sei in russischer Hand, heißt es. Warum stoppt Putin den Sturm auf das Stahlwerk in Mariupol? Da kann man nur vermuten. Das Stahlwerk, wir haben es auf den Bildern ja gesehen, steht auf einem unübersichtlichen Gelände. Es ist unter Tunnel teilweise. Es bietet den Verteidigern, von denen ja noch viele drin sind, viele Verstecke und auch Möglichkeiten für Hinterhälte. Es ist also schlicht militärisch sehr riskant da reinzugehen. Jeder Sturm würde vor allem für die Angreifer sehr verlustreich sein. Und möglicherweise ist das der Grund für Putin gewesen, das jetzt abzusagen. Interessant ist, dass der Befehl zur Absage des Sturms von Putin persönlich kam. Das soll möglicherweise zeigen, dass es sich hier nicht um einen Rückzug handele, sondern um etwas anderes. Man hat es ja beinahe präsentiert wie eine Geste der Großzügigkeit, so zynisch das klingen mag. Seit Kriegsbeginn wird ja um Mariupol gekämpft. Warum ist diese Stadt für beide Seiten so wichtig? Sie ist einerseits strategisch wichtig für beide Seiten. Russland natürlich will die komplette Landbrücke, den kompletten Landweg zwischen seinen eigenen Grenzen und der Krim kontrollieren, braucht dazu die Stadt. Für die Ukraine ist sie wichtig als der wichtigste Hafen im Asowschen Meer. Es ist eine reiche Handelsstadt und Hafenstadt, Industriestadt, die sehr, sehr wichtig ist für die Ukraine. Und dann gibt es auch noch eine symbolische Bedeutung auch für beide Seiten. Für die Ukraine ist es sehr, sehr schwer, Mariupol zu verlieren. Man hat die Stadt tatsächlich sehr, sehr verlustreich verteidigt. Im Donbass-Krieg 2015 gelten bis heute als Helden, die Kämpfer von damals, die Mariupol verteidigt haben. Und Russland braucht dringend einen Teilerfolg nach nun mittlerweile zwei Monaten sogenannter Militäroperation. Als dieser Teilerfolg wird Mariupol hier heute schon präsentiert. Vielen Dank, Ina Ruck in Moskau. Die USA wollen ihre Hilfen für die Ukraine erneut aufstocken. Knapp zwei Monate nach Kriegsbeginn sagte Präsident Biden weitere 800 Millionen Dollar für Waffen zu. Unter anderem für schwere Artillerie und taktische Drohnen, um die russische Offensive im Osten des Landes abzuwehren. Für ukrainische Flüchtlinge soll es leichter werden, in die USA zu kommen. Und es gibt neue Wirtschaftshilfen für Kiew. US-Häfen sind für russische Schiffe künftig gesperrt. Die Bundesregierung arbeitet daran, der Ukraine mithilfe eines Ringtausches schwere Waffen zukommen zu lassen. Und zwar in den nächsten Tagen, wie Verteidigungsministerin Lambrecht sagte. Dabei geht es um Kampfpanzer sowjetischer Bauart aus Slowenien. Das Land will eigene Bestände an die Ukraine abgeben und soll dafür Ersatz aus Deutschland erhalten. Der Kampfpanzer T-72, ein Modell aus der Sowjetzeit. Aktuell wird es auch vom ukrainischen Heer eingesetzt. Die Ukrainer sind den Umgang damit also geübt. Nun hat sich Slowenien bereit erklärt, eine größere Stückzahl dieser Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Außenministerin Baerbock betont auf ihrer Reise nach Estland, Deutschland wolle Partner unterstützen, die Schnellmaterial in die Ukraine liefern könnten. Wir unterstützen Partner in einem Ringtausch. Um bei den Partnern die Lücken aufzufüllen, die schnell Sowjetmaterial liefern können, für das kein Training gebraucht wird. Ringtausch, das heißt im Fall von Slowenien konkret, Deutschland will Slowenien im Gegenzug schweres Material liefern. Im Gespräch sind Schützenpanzer Marder. Allerdings nicht sofort. Verteidigungsministerin Lambrecht sagte, die Industrie müsse die Ersatzpanzer erst aufbereiten, bevor sie nach Slowenien geschickt werden könnten. Die Industrie hat angekündigt, dass sie recht zügig, nicht sofort, aber recht zügig liefern kann, entsprechend aufbereitetes Material. Darum geht es, dass das gewährleistet wird, dass die Staaten, die jetzt schnell liefern, dann auch zügig unterstützt werden. Zudem wolle sich die Regierung auch an der Ausbildung ukrainischer Soldaten an Waffen beteiligen, und zwar an Panzerhaubitzen 2000, wie sie die Niederlande an die Ukraine liefern wollen. Denkbar sei die Schulung auch in Deutschland. Unklar ist, warum Deutschland ukrainische Soldaten zwar an Panzerhaubitzen 2000 ausbilden kann, nicht aber am Schützenpanzer Marder. Und warum Deutschland diese Schützenpanzer offenbar nach Slowenien liefern kann, nicht aber direkt in die Ukraine. Eine klare Kommunikation der Bundesregierung, so auch Experten, sähe anders aus. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig hat Rücktrittsforderungen im Zusammenhang mit der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 zurückgewiesen. Vor allem Union und Grüne kritisieren die SPD-Politikerin scharf. Dabei geht es um den Aufbau einer Stiftung, mit der die Landesregierung US-Sanktionen gegen die Pipeline umgehen wollte. Der russische Angriff auf die Ukraine hatte die Kritik an dem Projekt verschärft. Die enge Verflechtung mit Russland gilt allgemein als Fehler. Schon längst hat Schwesig ein Umdenken in ihrer Russland-Politik angekündigt. Nord Stream 2 sei ein Fehler gewesen, ebenso die Klimaschutzstiftung des Landes. Die sollte die US-Sanktionen umgehen und den Bau der Pipeline sicherstellen. Interne Dokumente belegen, die Staatskanzlei und Nord Stream haben sich bei den Inhalten der Stiftungssatzung abgestimmt. In welchem Ausmaß ist aber noch nicht sicher. Der öffentliche Druck wurde daraufhin groß. Die Landesregierung habe sich wissentlich zum Handlanger des Kremls gemacht, so der Vorwurf. In der Bundes-CDU wurden Forderungen nach Schwesigs Rücktritt laut. Am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz heute in Kiel zeigt die sich davon unbeeindruckt. Vor einem halben Jahr gab es eine Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und die Bürgerinnen und Bürger haben mich mit großer Mehrheit im Amt bestätigt, mit einem starken Bürgervotum. Und deshalb können sich die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern auch darauf verlassen, dass ich weiter dieser Erwartung und diesem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger gerecht werde. Die Opposition in Mecklenburg-Vorpommern hält sich bisher mit Rücktrittsforderungen zurück. Der Landtag hatte im vergangenen Jahr einstimmig beschlossen, die Pipeline fertig zu bauen und dafür die Stiftung einzurichten. Der damalige Koalitionspartner CDU will da aber nicht alles gewusst haben. Uns wurde immer von einer Art Materiallager gesprochen, um diese Sanktionen sozusagen zu umgehen. Dass da im Anschluss tatsächlich es so gekommen ist, dass aktiv in den Bau der Pipeline eingegriffen wurde. Das war uns nie bewusst. Die CDU hat gemeinsam mit den anderen Oppositionsparteien FDP und Grüne einen Untersuchungsausschuss des Landtags gefordert. Dieser soll ab Mai weitere Antworten zu der umstrittenen Stiftung liefern. Nach dem Rücktritt der Co-Vorsitzenden Hennig Welsow soll Parteichefin Wissler die Linke zunächst allein führen. Das beschloss der Vorstand und sprach sich für Neuwahlen auf dem Bundesparteitag im Juni aus. Wissler steht wegen des Umgangs mit Sexismusvorwürfen in ihrem hessischen Landesverband unter Druck. Bundespartei und Landesverband sagten eine Aufklärung der Vorwürfe und Konsequenzen zu. Es gibt viele Fragen an den linken Landesverband in Hessen. Dort soll es zu sexuellen Übergriffen auf junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekommen sein. Nun eine Entschuldigung. Wir brauchen in der Partei einen Lernprozess, einen tiefgreifenden Kulturwandel, eine Kultur des Hinschauens. Gestern am späten Abend entschied der Bundesvorstand in einer Sondersitzung. Unabhängige Berater sollen die Fälle aufklären. Im Blick dabei wohl auch Parteichefin Janine Wissler. Zur Zeit der Vorwürfe sexueller Belästigung war sie Fraktionsvorsitzende in Hessen. Ihr damaliger Lebenspartner gehört zu den Beschuldigten. Was wusste Wissler wann? Wir sehen hier keinen in irgendeiner Form Verschulden von ihrer Seite. Weil sie nun in der Tat bei der Fragestellung, die dann im November letzten Jahres dann hochkam, sich auch sofort gemeldet hat und gesagt hat, wenn ich was zur Aufklärung beitragen kann, dann mache ich das. Die linke Jugendorganisation sieht Widersprüche, fragt. Hat Wissler genug getan? Janine ist natürlich im hessischen Landesverband extrem einflussreich und war in diesem Fall ganz direkt persönlich involviert. Deswegen ist es wichtig, dass die unabhängigen Aufklärungskräfte gerade auch auf ihre Rolle einen Blick werfen und da Klarheit schaffen. Wisslers Co-Vorsitzende Hennig Welsow war gestern auch wegen des Umgangs mit den Sexismusvorwürfen in der Partei zurückgetreten. Wissler macht nun allein an der Spitze der Partei weiter, zumindest bis zum Parteitag im Juni. Wir haben ein einstimmiges Votum des Parteivorstands und ich gehe davon aus, dass das auch dem entspricht, was die Mitglieder dazu sagen wollen. Janine Wissler wollte sich weder gestern noch heute öffentlich äußern. Frankreichs Staatschef Macron und die Rechtspopulistin Le Pen haben wenige Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt ihre Positionen in einem Fernsehduell ausgetragen. Zur besten Sendezeit ging es vor einem Millionenpublikum um Probleme, die alle bewegen, wie die hohen Energiepreise, um Arbeitsplätze und Renten, aber auch um außenpolitische Themen wie die Haltung zu Russland oder zur EU. Nach ersten Umfragen schnitt Macron dabei besser ab. In der Schlussrunde. Am Tag nach dem TV-Duell ist Macron im Pariser Vorort Saint-Denis nicht gerade ein Heimspiel und wirbt hier um unentschlossene und linke Wähler. Es gibt Ungleichheiten in unserer Gesellschaft, aber die Probleme, die hier existieren, kann man nicht lösen, indem man spaltet. Le Pen probt den starken Auftritt. In Roi, einer Kleinstadt im Norden Frankreichs, findet sie, umringt von ihren Anhängern, drastische Worte für ihren Widersacher. Eine zweite Amtszeit Macrons wäre eine soziale Verwüstung. Gestern Abend. Mehr als 15 Millionen Zuschauer sind dabei. Die Tonlage meist sachlich gedämpft. Le Pen präsentiert sich als Anwältin der einfachen Leute und verspricht üppige Steuerentlastungen und Lohnerhöhungen. Er punktet in der Außenpolitik und geht Le Pen frontal an. Sie sei abhängig von Putin, weil sie millionenschwere russische Kredite zur Finanzierung ihres früheren Wahlkampfs erhalten hatte. Wenn Sie von Russland reden, sprechen Sie von Ihrem Geldgeber. Le Pen rechtfertigt sich, französische Banken hätten ihr kein Geld leihen wollen, dennoch. Ich bin eine absolut freie Frau. Dann macht sie klar, sie hält nichts von Macrons Europapolitik und der deutsch-französischen Freundschaft. Ich will Europa grundlegend verändern. Macron gilt zwar weiter als Favorit, aber noch ist die Wahl nicht entschieden. Für Aufmerksamkeit sorgt hier ein Aufruf in der Zeitung Le Monde von Olaf Scholz sowie dem spanischen und dem portugiesischen Regierungschef, am Sonntag den pro-europäischen Kandidaten zu wählen. Dieser indirekte Wahlaufruf für Macron zeigt, wie groß die Sorge vor einer europafeindlichen Rechtspopulistin in Zeiten des Ukraine-Krieges ist. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 22. April. Das Tief über Osteuropa bringt vor allem den mittleren Landesteilen viele Wolken, aber kaum Regen. Im Süden und Norden Deutschlands bleibt es dagegen oft freundlich. In Küstennähe sowie südlich von Mosel und Main ist es heute Nacht oft klar, in den Regionen dazwischen teilweise stark bewölkt und im Osten fällt hier und da etwas Regen. Auch am Tag im Süden und in Küstennähe recht freundlich, sonst gibt es teils Sonne, teils Wolken und mancherorts kann es nass werden, dazu windig. Am Niederrhein heute Nacht nahe 10, an den Alpen um 0 Grad. Im Nordosten morgen wieder um 10, im Südwesten dagegen um 20 Grad. Am Samstag gibt es teils Sonne, teils Wolken und vor allem im Süden einzelne Schauer. Ab Sonntag erwartet uns wechselhaftes Aprilwetter, dabei wird es kühler, am freundlichsten bleibt es im Norden. Um 22.15 Uhr hat Karin Miosga diese Tagesthemen für Sie. Unterwegs im zerstörten Land. Ein Interview in Kiew mit dem Schriftsteller Navid Kermani und DDR-Altlast. Tausende Kilometer poröser Entwässerungsrohre unter Äckern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Untertitelung im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020